Es gibt immer gute Gründe, nie aktiv zu werden und nie zu investieren. Es gibt immer drei Dinge, die die Menschen stagnieren lassen. Und das sind, erstens, ich habe kein Geld. Obwohl in Wirklichkeit haben sie Geld auf ihrem Sparbuch, aber das wollen sie nicht anfassen, falls mal schlechte Zeiten kommen. Und das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Sein Geld auf der Bank zu lassen und die Bank benutzt es, um zu investieren und Geld damit zu verdienen. Und du, du verhältst dich wie ein Armer, obwohl du Geld hast. Zweitens, ich bin mir nicht sicher, weil ich nicht die Garantie habe, dass ich damit Erfolg haben werde. Im Leben haben wir nie eine Garantie auf Erfolg und das bringt uns zu Punkt 3. Und das ist die Angst. Wir haben tatsächlich immer Angst, in Aktion zu treten, Angst zu versagen. Der Denkfehler ist, die Angst geht nie weg. Der Fehler lautet, in Wirklichkeit lässt du die Angst dein Leben bestimmen. Und das sind die drei Dinge, die dich davon abhalten, reich zu werden. Passives Einkommen zu generieren, zu investieren, hier, jetzt, sofort.